Wusstet ihr schon, dass Schenken glücklich macht? Forscher fanden heraus, dass man umso glücklicher ist, je großzügiger man sein Einkommen anderen in Form von persönlichen Geschenken oder wohltätigen Spenden zugutekommen lässt. Außerdem ist man glücklicher, wenn man Geld anderen Menschen gibt oder es mit ihnen teilt, anstatt es in die eigene Tasche zu stecken.